Ah! Christopher, was soll das? Zeig dich endlich! Gib uns ein Zeichen! Ah! Mama! Jasmin! Verdammte Kacke! Wir spielen heute mal wieder Geisterjäger. Und was eine ganz große Überraschung! Wir haben heute eine Mitspielerin, die liebe Jasmin. Ich freue mich riesig, wenn die sie jetzt meldet. Hallo! Hallo Jasmin! Hallo! Hier sind die Senioren zocken und wir wollen heute spielen. Ich freue mich! Ich auch! Ich auch! Ich freue mich auch! Wir schaffen das! Ich habe ein kleines Haus ausgewählt, aber auf Profi. Ich mute dir das wirklich zu, das schaffst du. Aber das rocken wir. Deswegen, dann drücke ich mal Start. Level 4 steht da. Oh, du bist schon Level 4, wie süß! Stand da eben! Hab ich gesehen! Total cute! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, dass du wieder bist. Sind wir sanitär? Aber nicht sanitär, ne? E! Genau! Echtiger Profi hier, ey! Ja, sehr gut! Und dann nimmst du einmal diesen schwarzen Kasten hier oben. Geisterbox! Hörst du mich? Ja! Genau! E! Und dann hier auf dem Boden, das weiße EMF! Ja, genau das! Komm ruhig ein bisschen näher! Ja, trau dich nicht zu schüchtern! Genau! So, also! Es ist... Der Geist heißt Christopher Wilshardt! Guck mal, wie denn das findet ihr den Namen? Also ich spreche es extra deutsch aus, damit du es... Weil es heißt eigentlich Wilshardt, aber es... Also der Christopher Wilshardt und der scheint nur auf Personen zu antworten, die alleine sind, musst du nachher mit ihm ganz allein im dunklen Raum sprechen. Oh! Oh! Immer die kleinen Dicken! So, komm, aus! Ich spüche jetzt! Können wir das schaffen? Ja! Hallo Christopher, zeigst du dich mal bitte? Gib uns doch mal bitte ein Zeichen! Wie siehst du aus? Hier Rippe oder Derbel? Oder Fettsack? Die Geister sind keine Fettsäcke! Ich möchte es jetzt haben, verdammte Scheiße! Oh, hier! Wir haben Minusgrade! Er ist hier! Er ist hier im Flur! Wir haben Minusgrade! Schreib mir das Buch! Zwei Stücke! Zwei Lampen brennen hier bei mir! Hier ist das Buch! Aufgeschlagen! Wenn er sich jetzt nicht zeigt, schmeißen wir in die Badewanne! Wasser rinnt! Machen wir! Alles dann wieder unterlassene Hilfe lässt! Das geht auch nicht! Hallo Christopher! Christopher, meld dich endlich mal! Zeig dich! Ich möchte mal sehen, wie du aussiehst! Dann schmeiß ich dich in die Badewanne! Lass Wasser rin und Engel! Ah! Komm rein! Komm hier rein! Oh Gott! Holy Shit! Hatten wir ein Schwein! Ich will nicht reden! Das ist doch nicht mal der Leiter zu sehen! Nicht reden! Christopher! Was soll das? Zeig dich endlich! Gib uns ein Zeichen! Ah! 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 Jasmin! Verdammte Kacke! Ja, Jasmin! Bist du hier, Geist? Er hat geantwortet. Gut, wir haben schon mal einen Hinweis. Ich schmeiß direkt die Box weg. Mann, nun ist da ein Nebel drin! Aber da waren eben die Hände! Der rechte und mit den linken ganzen Finger und da bist du... Ich habe schon einen zweiten Hinweis gefunden. Ich gucke jetzt ganz schnell nach dem letzten. Was müssen wir jetzt? Der Christopher hat sich gezeigt, aber nur mit Händen. Der hat auch noch Nebel ausgestreut, damit wir ihn nicht sehen. Ich habe es geschafft. Wir haben Geisterbuch. Und als Geist Dämon. Ja? Und dann haben wir es geschafft! Juchu! Geschafft! Ich danke dir! Ja! Gerne! Süß! Ja! Haben wir es noch mal geschafft? Wir haben es geschafft! Ob du noch bitte mit mir eine Runde spielst? Ja, dachte ich eigentlich auch. Also erstmal Prost auf die Runde! Genau! Barbara Davis! So, jetzt habe ich das sogar drinnen! Los, vorwärts! Lass uns mal schnell ins Haus gehen! Ja! Das wärmer! Mach dir die Tür auf! Danke dir! Hahaha! So, drinnen bin ich! Jetzt müssen wir wieder gucken! Aber nur wieder die! Jetzt müssen wir wieder gucken, wo die Barbara Davis sich rumtreibt! Barbara Davis, würdest du mir bitte ein Zeichen geben? Die Jasmin wartet da drauf und ich auch! Ja, du bist ja mutig! Gehst freiwillig in den Keller? Ja? Warten, sitze ich im Tiefkühlschrank und futtert mein Eis? Ja, war gemein! Verdammter! Ey, was ist da eben gewesen? Das war bloß so ne... Na gut, okay, kann so nicht! Umso öfter man den Namen sagt, umso aggressiver wird der Geist! Aha! Das darf ich also nicht Barbara Davis sagen, wo ich nett sein will! Kann ich sagen! Geist, gib mir ein Zeichen! Barbara Davis, ein Geist! Minusgrade! Oh mein Gott! Hä? Hast du was gesehen? Ja, den Geist! Ne, das war ich selber! Hallo Barbara Davis, bitte gib uns ein Zeichen, wir möchten dich mal sehen! Und nicht den Namen sagen! Geist, wie alt bist du denn? Bist du schon so alt wie ich? Kann ich gehen! Ich bin 83! Knochen! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Oh mein Gott, die wollen grad handen! Du hattest so richtig Glück gerade! Oh Gott! Die jagt jetzt! Was macht die? Boah! Die hätte dich fast eingesperrt mit sich! Na also, das wär ja wohl der Gag gewesen! Möchte wissen, wo du bist, was du tust, was willst du uns tun? Ha! Ha! Wenn da ein rotes Licht leuchtet, wenn fünf Lichter leuchten, dann schreist du! Geh jetzt noch mal rein! Ich warte auf die roten Lichter! Sollen wir gehen? Nö! Soll ich gehen? Wohin? Wir gehen jetzt rein und wir... Geist! Wo bist du, Geist? Soll ich gehen? Wie alt bist du? Der Geist! Hallo Geist! Hallo Barbara Davis! Wo alt bist du? Bist du in die Rippe oder bist du Fettsack? Ha! Oh Gott, siehst du wieder hier vor mir! Komm mal schnell her! Komm schnell her! Welcher EMF? EMF 5, oder? Leuchten alle Lichter? Bleib mal stehen! Vier los! Bleib mal stehen! Aber nicht in Rot! Ein Roten! Ein Roten! Schrei! Zwei! Schrei! Die nächsten sind vier noch! Wenn da ein rotes Licht leuchtet, wenn fünf Lichter leuchten, dann schreist du! Ich warte auf die roten Lichter! Wir schaffen das! Es waren fünf Lampen, aber eh ein roter! Oh, jetzt! Ja, jetzt! Sehr gut! Komm mit, komm mit, komm mit! Raus, 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 raus! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja! Guck mal, ob du da irgendetwas siehst an Fingerabdrücken, da wo ich hinleuchte. Da! Oh, fuck, lauf! Komm, 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 komm! Was hat denn da geknackt? Knall? Äh! Das konnte ich leider nicht verhindern! Jasmin! 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 No! Ich konnte es leider nicht verhindern! Scheiße! In meiner Runde ist sie so abgegangen, ne? Ich hör dich nicht! Ich kann dich hören! Jasmin, bitte, bitte! Ich hör dich nicht! Jasmin! Schon wieder lauter Nebel! Ich seh deinen Booty auf der Kirche! Jasmin! Jasmin! So dünn wär ich aber gerne nochmal sein! Ich glaub, das ist ein Kriminalbeamter und wer sitzt da unten? Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Gib! Geist! Gib uns ein Zeichen! Geist! 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 Gib uns ein Zeichen los! Und das ein bisschen schnell! Ich find nix! Ich find nix! Ich auch nicht! Außer Nebel! Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen! Was machen Banshees? Banshees! Als ein Jäger und wird alles attackieren! Es ist bekannt für seine Autos gesprochen, wenn sich jemand tötet! Ein Banshee wird jeweils nur eine Person jagen! Banshees fürchten! Sie fixen und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis! Und ein Phantom! Ein Phantom ist ein Geist, der von den Lebenszeiten nicht ergreifen kann! Meistens beschworen durch das Ujahvor, verursacht Angst in Menschen um ihn herum! Sterbens senkt ihr Verstand stark, wenn ihr das Phantom anschaut! 2.000 Jahre später Fotografieren Sie das Phantom verschwindetisch temporär! Das haben wir alles nicht gemacht! Also, gefunden sind EMF 5 und Gefriertemperatur! Das kannst du gerne schon mal eintragen! 12 Sekunden später Dann lass uns Fingerabdruck eintragen! Hab ich ja! Dann ist es sehr gut! Dann ist es ein Banshee, oder? Hurra! 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 Geschafft! Es war ein Phantom leider! Wir lagen falsch! Es waren scheinbar Geister-Orbs, aber wir sind am Leben! Das ist die Hauptsache! In der Adventszeit zu leben ist die Hauptsache! Hallo Leute! Wir haben heute die Geister gejagt! Wir waren Geisterjäger! Und die Jasmin, die hat heute geholfen und hat das alles, naja, sag ich mal ein bisschen sehr geholfen, damit ich ein Stück weiter kam und auch ein Stück weiter leben konnte! Hast du doch super gemacht! Geht noch bitte auf Saftiges Gnu! Auf den Kanal Saftiges Gnu! Und dann habt ihr auch die Jasmin und da habt ihr viele neue Videos und könnt noch viel mehr spielen und heute auch noch Spaß haben! Ich danke dir! Ich danke euch! Und nicht vergessen! Abo, Däumchen und die Glocke und ihr seid eine coole Socke! Und tschüss! Tschüss! Hoffentlich sehen wir oder hören wir uns wieder! Würde mich sehr freuen! Ich auch! Unbedingt beim nächsten Horror Game! Oder bei Among Us!